halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu grid voll ja für euch ist es nun tag ja für mich drei wochen ich weiß nur noch dass wir das zu hause von so einem typen durchsuchen müssen von dem des nervösen mannes dass wir den auch irgendwie ablenken müssen wir folgen einfach mal der sache hier ist das der typ hier aber kurz ins ok das ist definitiv das haus was könnten wir tun lenke den nervösen mann ab ist da und das auch was ach hier mit den töpfen guck mal machen wir doch mal das reicht das das hat nicht gereicht oder ich muss warten bis er dahinten bis er wirklich da ist so jetzt können wir ich war dort das alter is incredibly morbid i wonder what sort of spirit could be venerated in this way this is exactly the kind of proof we've been looking for an evil cult far from some naive veneration of nature and other island spirits sieht schon wirklich krass aus da haben sie allerdings recht ich hätte da auch angst vor aber es scheint so als wenn ja nur einer davon wirklich ich weiß nicht das ganze dorf ich meine klar der älteste ist sehr verschwiegen aber ja die anderen sind auch sehr ängstlich und wollen ungern mit uns reden schon heikel 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 also existen wie dynamisch Ja toll Verstecke dich beim Dorfeingang und warte auf den Einwurf der Nacht War das jetzt hier nicht der Dorfeingang? Ach, der Dorfeingang ist da hinten, okay Naja, es ist jetzt nicht der Dorfeingang Oh, da, da ist aber Flink Erstmal abwarten Ne, 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 okay Schnell hinterher wetzen Hier verstecken Jetzt kämpf nicht Kämpf nicht Na scheiße Oh, die sind so stark Ich kann nichts sehen Ich kann absolut nichts sehen hier gerade Ich muss jetzt einmal hier durch Scheiße, ich kann hier nicht raus Was ein Scheiß ey, wegen diesen blöden Viechern hier Oh, mein Gott Diese dreckigen Dinger, ehrlich ey Folge der Straße Sehr gut, hier ist ja keine Straße Ich denke mal hier hoch Oh, ich hab Das war gerade ganz komisch, ehrlich ey Kann auch sein, dass ich mich einfach nur zu dem nicht angestellt habe, aber Oh, ich hab meine Was ist der Woher Was ist denn? Ich hab's Ich hab's Oh Ich hab's Oh Ich hab's Oh 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 Haben nur wir das gesehen? Ich habe eine Art von Flash-Vision. Nur für einen Moment, ich war ein Baum in einer Sturm. Was genau gesehen hast du? Vielleicht werden diese Bilder helfen uns zu finden in der Sancturie. Ich war dieser Baum, und meine Branche wurden durch eine Sturm so starkes, dass sie sehr gut gehört haben. Die heavens caught fire several times, und ich fühlte die Leidenschaft, und mich durch mich durch und durch. Ich habe eine Stimme in einem Moment genommen, und die Fläume begannen, die mir zu spüren. Leben hat mich verlassen. Alles war ruhig, und ich hatte ein Geräusch in meinem Kopf. In Spite of das, ich habe immer wieder zu fühlen, und die Luft begann zu fallen auf meine Brüte. Und in der sehr Halt meiner Beziehung, ich fühlte, dass die Brüte beginnt zu fliegen. Ein Schuss kam auf meine Brüte. Hm. Okay, hier kommen wir jetzt nicht so einfach rein. Untersuchen, klar. Wasserstein aktivieren Erde, hier haben wir Feuer Moment, sie hat ja gerade eine Geschichte erzählt und vielleicht sollen wir in der Reihenfolge, wie sie gerade diese Geschichte erzählt hat das jetzt hier aktivieren also sie sagte, als erstes war ein Sturm dann sagte sie, dass der Blitz eingetroffen ist nein, erst wurde sie geschüttelt ach, das ist jetzt die Frage soll ich jetzt erst den Erde machen oh nein ok, dann war es doch Blitz oh oh Wind Blitz dann würde ich sagen Feuer dann ging das Leben aus ihr heraus nee, erst nee, da war doch noch was mit dem Himmel ja, aber es hat nichts mit Sonne zu tun das Leben ging aus ihr heraus so, dann hat es angefangen zu regnen und der, äh, ein Sprössling kam wieder also das Neugeborene ich fand das Rätsel richtig cool muss ich sagen ich dachte natürlich als sie gesagt hat hier die Brutzeln und es wurde gerüttelt und so das natürlich durch die Erde halt rütteln und das alles quiet kloos duis a tu da yam canadet ole tadu lan voran die olaunelais agen ole vei kloosi garamam itelami olflinau ich egram kloosik edem tayentis ol arbeni aol slayi fankwa sakengedem fradem adigalem linquid wintar bu sul galam sanni tugomben nis gremmos negawi renkasi e cremaderem denegao edent kloos duis arruiecht nes diri klois de graaman adeis gideon arrenta kloosik war nuf radii damma gengadam yadigal adandien es war nuf radii da ui gaishidon ages par nuf radii da ui gremus en agui ui huaah 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 irgendwas scheint gut gelaufen zu sein da ist no longer any doubt the creature who was talking through this tree is a demon in any case to lay may story suddenly sounds way more plausible the donate out to perform the ritual was the villages we should go talk to dead adria ach so müssen ja erstmal runterspringen oh man 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 man die frage ist jetzt hätten wir sie jura dabei gehabt hätte die uns dann jetzt irgendwie was erzählt äh wo geh ich lang ich kam von hier müssen hier irgendjemandem was erzählen da oben nach dem anführer des clans um herauszufinden ob er auch was damit zu tun hat da bin ich mal gespannt ich glaube nämlich nicht what do you seek we found your sanctuary and assisted in one of your blood rituals was the apparition we witnessed the demon the priests were talking about what is clear is these priests know nothing and you know nothing i am not from teleme i cast no judgment upon your beliefs but if you want us to help you you need to help us understand i doubt that you would be able to understand but very well i'll attempt to help you make sense of what you witnessed the ritual you saw is a ceremony to summon forth the strength of our warriors our people have always lived in harmony with nature our very existence revolves around her she talks to us and takes on many faces what you've witnessed is just one of many confronting the threat that the ranoixi make up we call them for their blessing and they appeared to us can we contact them i mean is communication possible what you witnessed was not a discussion but if you visit a sanctuary you may see one of the faces and then you will be able to talk pass the mountains and head to the swamps there if you perform the ritual you will see them come though what you will hear may not be to your liking okay what do you seek ja du hast doch noch hier was stehen speaking of a demon i already told you the only way to see one of the faces is to visit the swamps anything more i need to be going wow ich glaube wir sollten das jetzt mit dem sumpf noch nicht machen oder ich bin unschlüssig ich weiß nicht wie weit jetzt hier das alles reicht was haben wir denn noch an quest hier steht was ich natürlich so ein bisschen blöd finde ist dass hier absolut das geheimnis des prinzen durch der admiral den genau ja wir machen das jetzt erst wir starten jetzt der admiral in erstmal dienst genau machen wir jetzt auch haben wir jetzt ein paar stunden eher unterwegs aber das ist erstmal egal weil ich will nämlich die nächste wie heißt das quest durchführen was hat was denn da an seinem das schwert hat anscheinend irgendeine kraft oder so nein 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 lass es sein na ich will jetzt mit der admiral in dem nicht reden erst mal das erste über vascos prüfung sprechen was 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 Das ist ein Schraub. Wir werden nicht vergessen. Hast du etwas gefunden? Die Kapitänze sagt die Geschichte des Spanns von der Spannung zu der Sinken. Danke, Vasco. Es ist wohl, dass die Potionen der Allianz uns einmal mehr verletzt haben. Und wir werden nicht mehr von diesen Spannungen transportieren. Sie sind zu gefährlich für unsere Spannungen. Begleite, Vasco zum Tattooieren. Okay, aber ich hab noch was. De Sarde, was kann ich für dich machen? Ich habe das Problem in San Mateus. Einige von deinen Mann wurden durch die Ordo Luminis verabschiedet. Die Brüder verabschieden, um die Porte zu attacken. Ich habe sie verabschiedet. Sie sollte nicht mehr ein Angelegenheit sein. Die Orden glaubte, dass du heretisch bist, wegen de deine Tradition des Secreten. Die Secreten. Sie oft verabschieden. Begleiten. 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 Sie klein werden. Und die Arme ausbewussten. Sie sich tinten. Begleiten. Sie haben sich gegen die Lande zu beschäftigen. Sie spielten. Ausatmen. Der Stimme. Siel evitar die Erreundungen. Die Fokalung. Die Nachden. Sie spielten, die Esche Ổmit. Sie behermten. Die Sch soonererste Effeldungen. Die quindi, die Nachden. Die Fläche die Höfe der Nachden. Die Fläche kamen aus. Die Verlust waren enorm. Die Humiliation... Devastating. Ihre Princes haben uns gut geholfen, um ihren Geheimnis zu halten. Sie haben weiterhin die mögliche Expedition gemacht. Du bist, in Wahrheit, ein Produkt von einem von ihnen. Was sagst du? Du musst deine Gefühle haben. Du bist ein Kind von einem Nativ. Du warst auf einem unserer Schiff. Der Kind von einem Islander. Aber ich weiß, wer meine Mutter ist, und... Ich verstehe, wie schwierig das zu hören ist. Und ich weiß nicht, warum deine Familie das von dir hat. In der Endeffektion, wir haben die Gefühle auf den Islanden gegründet. Die Gemeinschaft, in spite ihrer Gefühle, konnte nicht weitergehen. Und hier bist du wieder. Ich bin... Entschuldigung für den Schocken, die ich dir gemacht habe. Du hast mich gefragt, die Wahrheit. Und jetzt hast du es. Was noch etwas anderes? Ich muss gehen, bis wir wiedersehen, Admiral. Ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Das für all diese Zeit... Ich bin fed lies. Was Constantine wissen? Ich muss... Ich muss ihn sehen. Mein Kind. Ich verstehe, dass diese revelation ist upsetting. Ich... Ich wünsche, dass ich die richtigen Worten zu helfen. Ich... 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 Ich hatte die ganze Zeit natürlich gedacht, dass ihre Mutter sich mit dem Eingeborenen gepaart hat. Ich sag jetzt gepaart hat, ne? Geliebt hat. Ähm... Oder dass ihr Vater sich mit einer Eingeborenen geliebt hat und sie ein Mischling ist. Aber anscheinend ist sie das ganz und gar nicht. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, was hat ihre Mutter auf diesem Schiff gemacht und was ist mit ihrer Mutter passiert und wieso ist sie bei Fremden aufgewachsen? Ich denke mal, das ist der Tätowierer. Ja. Was hat sich denn verändert? Ich sehe nichts. Was? Einmal Naut, immer Naut. Super. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Dann kann ich ja jetzt in Ruhe... Na gut, ich muss mit Konstantin noch reden. Das kann ich direkt tun, wenn ich hier auch schon mal in der Nähe bin. Aber man hat immer so viel zu tun, ne? Kommen wir schon gar nicht mehr klar. Erstmal will ich jetzt die anderen Sachen machen hier. Vasco habe ich erledigt. Ich denke mal, bei dem bin ich jetzt auch komplett fertig, was seine Mission angeht. Wir werden jetzt erstmal tauschen. Petrus bleibt, Vasco geht weg. Hast du nicht noch? Warte mal, erstmal spreche ich mit Petrus. Ja. 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 Petrus. Ähm. Dann möchte ich gerne Kurt wieder dabei haben. Hm. Meine Gruppe ist voll? Achso, Vasco. So, jetzt... Äh. Äh. Greenblood, mein Freund. I can't stop thinking about Reyna and what happened to him. Let me know when you're ready to accompany me to those bastards training camp. But you're already very busy. Come find me again when you have less to do. Anything else? Hm. Ähm. Ihn befragen bezüglich seiner Rolle als Waffenmeister seiner Familie. Das hatten wir ja schon. I must leave you. Okay. Siora hat bestimmt auch schon wieder eine Aufgabe für uns. Karanz. Do you need something? Nö. I must leave you. See you later. Okay. Ähm. Petrus ist dabei. Vasco, für dich haben wir ja fertig gemacht. Glad to see you, my friend. Can I do anything for you? Äh. Wie er naute wurde, habe ich glaube ich schon mal gehört. Aber ob er plant wieder in den See zu stechen? Now that the Admiral has forgiven you, do you intend to set sail again? Without a doubt. But do not worry. I will not leave you before I find out where our story leads. Uh. Was meint er? Ihm sagen, dass du ihm nicht erlaubt hättest zu gehen. Okay. Ihm sagen, dass du ihn vermissen würdest, wenn er ginge. Ihm sagen, dass du gerne wieder mit ihm in den See stechen würdest. Ihm sagen, dass du ihn vermissen würdest, wenn er ginge. I would understand, if you prefer to leave. But I would miss you. That's a certainty. I will miss you too. But we're not saying goodbye yet, are we? Did you want anything else? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Also bin ich nur am hin und her reisen. Was ist der Verdikt? Es ist... Der Blut ist nack. Konstantin? Ist das dein Blut? Konstantin, antworten! Konstantin, bleiben mit mir! Konstantin! Es gibt eine Chance, dass er eine Erre ist. Es könnte etwas anderes sein. Ich werde sterben. Nein, Konstantin. Ich werde sterben. Wie deine Mutter. Und die anderen auf dem Kontinent. Ich werde sterben. Ich will 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 sterben. Konstantin, ich bin hier. Mach dich zusammen. Aus. Alle aus. Es ist eine Ordnung. Danke. Danke, Kuzin. Da, jetzt. Bist du besser? Ich weiß nicht. Du wirst mich nicht verlassen? Ich werde eine Verkaufung finden. Ich versuche dir. Du hast nicht das gleiche Verkaufung für deine Mutter? Du wirst du sterben. Du wirst du sterben, bevor du einen findest. Ich sage nicht das. Ich werde erinnern. Ich habe schon einige Promisingen zu verhören. Ich weiß nicht, Kuzin. Die Verkaufungen sind so sehr schmerz. Ich bin so Angst. Ich bin so Angst. Ich bin so Angst. Ich warte, dass du besuchst war, dass du mich in meine Tragedie entspricht. Sag mir, was du hierherst? Es kann warten. Es ist nichts, was später nicht möglich ist. Aber bitte bitte. Whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Norts discovered it some two centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide their defeat and paid the Norts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story. Believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Norts. According to the Admiral, my mother was captured from here during one of them. I was born on one of their ships. What? But... That means you are not... Your fair cousin. No. All the lies that we've been fed since our tender childhood. The fable told I am the spitting image of my dead father lost during an expedition. I... I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know. It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, you will always be my fair cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. What? What?! What?! But... What is this?! Ready arms. Cut. What are you doing? Ich versteh das jetzt gerade nicht. Jetzt bin ich total verwirrt. Was zum... Oh fuck! Was ist passiert? Was ist los? Ich versteh das nicht. Was ist los? Okay Leute, ich muss mich verabschieden. Ich weiß gerade nicht, was los ist. Warum ist Kurt gegen uns? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich weiß nur, dass da irgendwas mit dem Phantom... Müssen wir erst seine Aufgabe erledigen, bevor wir zu Konstantin gehen? Oder... Ich versteh das nicht. Das war ja... Das war Meuterei war das. Warum?! Ich werde das erst mal ergründen und werde jetzt erst mal... Ich hoffe, ich kann... Ich hoffe, ich habe einen Speicherstand, bevor ich zu Konstantin gegangen bin. Okay, ich muss erst mal... Tschüssi! Ich hoffe, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich weiß nicht.